Es ist eine Herausforderung, morgens aufzustehen und nicht zu wissen, was ich jetzt auf Arbeit machen muss und auch einfach, dass ich wieder in der Natur sein kann. Diese großen Maschinen fahren hat man nicht immer die Chance und es ist auch ein wahnsinnig tolles Gefühl, so der Herrscher der Straße zu sein in dem Moment. Erstmal möchte ich meine Ausbildung schaffen und danach würde ich schon gerne in dem Beruf bleiben und vielleicht sogar ein Studium anstreben, womit man sich halt ziemlich hoch qualifizieren kann. Wenn man nach Ausbildung sich doch entscheidet, nicht in der Landwirtschaft zu bleiben, hat man ja trotzdem ein wirtschaftliches Fachabi und kann dann halt auch Mechaniker oder irgendwie so in die Richtung gehen, ohne dass man da nochmal groß was anderes anstreben muss. Let's justine Lauf